So, da bin ich wieder nach einem kurzen Cut und wir machen Ruination. Ja, lassen wir den vierten Warp rum wahrscheinlich komplett erstmal machen und dann schon den fünften anfangen. Für heute. Ja, ist heute der Plan. Und Crash wird wahrscheinlich erstmal das letzte Projekt sein in meiner großen Pause. Alter, sag mal, was macht der da oben für einen Krach? Mein Nachbar spinnt schon wieder rum? Ohne Ende? Irgendwo so, ja. Kenn ich ja nicht an. Das ist immer so, wenn ich hier aufnehme, ist immer das gleiche. Ich höre jedes Mal, was der da macht. Nicht mehr normal. Aber naja, egal. So, jetzt wollen wir das hier schaffen. Meidruck ist nicht gut. Ich denke, nach allem schon bin ich fertig. Joach, gehe ich von aus. Ich glaube eher nicht, aber... Nein, mal gucken. Es war klar. Sehr schön. Bisher schlange ist doch super. Ja, das ist echt schon richtig gut. Maske. Ich will nur den Edelstein haben. Den finde ich nämlich wichtig. Na ja, genau, den da. Und tschüss. So, und jetzt holen wir uns die Kisten. Ja, deshalb hätte ich ganz schön Crash 2 abgehakt. Das ist schon längst eigentlich. Aber ich brauche wieder mal viel zu lange für die Scheiße. Was aber auch klar war so. So wie das. Haha, Alter. Oh Gott, oh Gott. Jetzt komm, mach hin, ey. Mach schon. Die paar Farben, die du umladen musst, mein Freund. Und, ja, dauert ja ewig. Ewig und drei Nächte. Alter, hat der eine Macke da oben? Irgendwo schon? Ich muss da nicht so rumtrampeln. Egal, ähm. Dass ihr das... Ich glaube, ihr hört das im Hintergrund. Ich meine nur mal. Egal, ähm. Ich will es hier echt... Ich verkack das schon wieder. Was ist denn mit mir los? Für eine Kondition? Ja, die habe ich. Die habe ich so oder so. Ja, wenn ich es schaffe, würde ich mich gerne schon morgen mit dem nächsten Projekt anfangen. Das wäre cool. Ich will es hier. Alter, ich schaff das nicht mal. Ich könnte echt Kopf schütteln, wirklich. Ich könnte einfach meinen Kopf abnehmen und mir denken, alter, was machst du da für Mist? So. So, dieses Mal schaff ich das ja, aber. Ey, sonst kann ich den Mist hier nicht hinkriegen. So, das war's. Wunderbar. So, komm, Machina. Nee, lieber warte ich mal nochmal. Ist mir lieber. Bei Ruination würde ich gerne mal schaffen. Ja, das wäre ganz gut. Also würde ich den Mist zu000 sagen. Ja. Baumstimme des Todes. Und wir haben es einfach. Danke. Spiel. So, jetzt mach. So, jetzt haben wir fertig. Das haben wir fertig. Machen wir jetzt Coltart Crash. Ich will jetzt die Maske nicht verlieren. Das wäre... Das wäre schlecht. Außerdem gibt es ja hier eine Todesplattform, wenn ich mich täusche. Ja, in dem Level schon. Eine Robbe, die ich einfach mal geschmeidig ignoriere. Was war das jetzt zur Hölle? Okay. Alter, einfach nur Kacke. Na, ich meine, was war das gerade? Der läuft einfach da runter, wo ich gar nicht herhin gezeigt habe. Im Controller. Sehr merkwürdig. Oh Gott. Oh, 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 oh. Diesmal darf ich nicht drauf gehen, das finde ich das Beste. Ja, wir haben die Kiste oben bekommen. Und auch alle Kisten. Hier gibt es 154. Den Edelstellen will ich bekommen und natürlich die Kisten. Das ist ja logisch. Ja, so, aber für alle Filme nicht. Nö. Oh, meinst du vor, oder? Das war klar. Erstmal hole ich den. So, ab dafür. Naja, ist nicht einfach hier. Die Stille ist nicht schlecht. Ist mir die Raube wieder weg. So. Und das Heil irgendwie zurückkommen. Ja, das wird ein Fest. Ich sag ja, das wird ein Fest. Ich hab's geschafft einfach. Wow. Gut. Gut. Kann man gar nicht meckern. Nö. Oh, ich hab's geschafft. Oh. 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 Wow. Oh. 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 eingeholt, die ich eigentlich in irgendeinem Level schon verloren hatte. Ja, ich wurde platt gedrückt. Leck, Milch! Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht. Gott sei Dank haben wir das. Ja, passt ja. Ich glaube, von der Anzahl her haut das hin. Ja, doch, 105. So, Shake-Point. Gott sei Dank auch. Der Wesen ist echt scheiße. Viel, äh, viel mehr. Zum Beispiel auch nicht mehr. Oh, die finde ich schwer. Das Schiff war locker. Aber sie sind gut im Durchschnitt, was die Kisten angeht. Ja. Ich glaube, das hätte ich jetzt. Ja, 150. Fehlen ja noch ein paar. Alter, war das knapp. Habt ihr das gesehen? Was hab ich denn da für'n Sprung vollführt? Jo, ich hab alle. Das war auch irgendwo easy. Es war abzusehen, dass man das schafft. So, jetzt, äh, fehlt mir hier noch einer. Ich weiß auch, was das für einer ist. Und zwar das von den Kisten. Wir machen jetzt erstmal das. Knapp. Wow. Ich kann mir wirklich mal vorstellen, so einen Mega Man zu socken. Aber machen wir noch. Noch sind wir nicht bei Nintendo. Leid. Komm mal. Komm mal. Ja und bei Crash 1 hab ich das extra so gemacht, weil ich wollte da echt nicht soviel Zeit mir lassen. Weil hier bei Crash 2 hatte ich geplant, mir ein bisschen Zeit zu lassen. Ja, das ist auch irgendwo wieder dumm. Oh, schön, Trampolin. Ach, ich kann ja mal so ein bisschen mit Zeit lassen. Das schaffen wir definitiv. Jetzt oder nie. Sehr gut. Juhu. Ja, doch das auf ihn.